Im folgenden Movie möchte ich ein weisses Objekt umfärben, zum Beispiel nach gelb. Die Herausforderung ist, ein weisses Objekt hat eigentlich gar keine Eigenfarbe, ist darum relativ schwierig zum umfärben. Ziel, so etwas in der Art, vielleicht noch etwas reiner und etwas knackiger. Ziel, so etwas in der Art, vielleicht noch etwas in der Art, vielleicht noch etwas in der Art.